Hallo und herzlich willkommen bei Erklenz live. Wir sind heute bei der Steuerberatungsgesellschaft Exna im Erklenzer Gewerbegebiet, wo am Sonntag unsere vierte Sendung von Erklenz live stattfinden sollte. Die aktuellen Corona-Beschränkungen im November haben uns natürlich auch dazu gebracht, intensiver nachzudenken, ob wir die Sendung umsetzen sollten oder nicht. Denn selbst wenn wir einen sehr familiären Umgang pflegen, kommen die meisten doch aus mehr als zwei Haushalten. Insofern stand am Ende klar die Entscheidung, die Sendung am Sonntag nicht durchzuführen. Dies gibt uns aber auch wesentlich mehr Zeit, um uns auf den 20. Dezember vorzubereiten. Dann findet nämlich um 17 Uhr der nächste Termin statt, wieder mit dem Moderator René Wagner, so wie ihr es gewohnt seid, aber dann in außergewöhnlichen Räumlichkeiten hier bei der Steuerberatungsgesellschaft Exna.